Hallo, ich bin General-Major André Bodemann, Kommandeur des Zentrums in der Führung in Koblenz und ich wende mich heute zugegebenermaßen noch unrasiert, habe ausgeschlafen an Sie während meines Sonntagmorgenslaufs, um für den ersten Spendenlauf des Laufteams der Bundeswehr und der Reservisten zu werben. Laufen ist nicht so gesund und hält fit und wir müssen es ja alle fit und Einsatzbarkeit halten, sondern ist für mich auch eine Möglichkeit zum Stressabbau und zur Entspannung. Zudem kommen beim Laufen mal gute Ideen und deswegen habe ich mein Telefon dabei, um das gleich aufzuzeichnen und mein Stab muss das dann hinterher auswarten. Also wenn man dann zu diesen ganzen positiven Dingen noch etwas Gutes tun kann durch die Spenden, ist das doch super. Also macht mit und Oliver Moos und sein Team stehen euch für Fragen zur Verfügung. Ich zähle auf euch, wir sehen uns auf der Laufstrecke. Bis dann, ihr euer André Bodemann. Tschüss.